Leute, warum hast denn du so einen silbernen Rahmen um deinem Dingens? Hab ich nicht gesehen. Dein, dein Dingens, äh, Banner. So einen silbernen und ich hab dann Bronxen drin. Von Ahnung, hab ich nicht gesehen. Jetzt in deinem Stream nochmal schauen können, schnell. Hab keinen Delay. Doch, zwei Sekunden oder so. Ja, wow. Ja. Hab ich wenigstens hier im Warm-Up, meine pinken Scarlet. Lies auf, oh go. Haha. Lass mal hier hin. Okay. Lügen darf man nicht sagen. Quentin, wie weit bist du mit dem Download? Können wir gleich ne 4er Runde starten. Grüne M4, instant gefunden, nice. Ich bin Solo, aber ich hab direkt ne AWP. Ich find Solo halt übel nice, weil du musst dich nicht um andere, weißt du, du musst dir keine Gedanken machen. Ich hab so eine blaue Maschinenpistole gefunden. Oh, Rippmann wiesend. Hier liegt nur eine normale M4, wenn du brauchst. Gleiches Container bauen dort Ewigkeiten. Ich hab's doch hier irgendwo. Ich hab's doch hier irgendwo. Ich hab's dir in der Torin. 115 Kilo überhit. Ist er eigentlich besser. Alles ist besser als deutsches Internet. Ich hab noch keine Nahkampf-Waffe oder so, da vorne liegt was im Krieg Irgendwo hier ist eine goldene Kiste Bei mir auch Hast du sie aufgehoben? Dann hab ich sie gerade zerstört Bei mir ist noch eine Aber ich komme da nicht dran Hier ist irgendwer Wo? Der zweite ist hier auch irgendwo Ich bin da nicht zu stress Oh dieses S wieder bei dir ne Ich muss nicht mal leise machen, mein Trommelfell Übel reingepfiffen Hab ich jetzt gar nicht gemerkt Das ist mir vorher noch nie aufgefallen Mit SMS Nur weil du es gerade gesagt hast Manchmal ist es halt so richtig schlimm Ich werde angestanden Selbe Stelle Ne, oben Auf der Mauer Ich bin down So, ich habe doch nicht Nein, doch nicht Aber der wird gerade auch nehmen Ich meine, der denkt echt, der kann es mit uns aufnehmen oder was? Oben Oben auf den Containern drauf Die Frage ist, wie kommt man da hin? Wahrscheinlich genauso Keine Ahnung, wo der ist Hinter dir Genau da, wo du gerade die Treppe abgebaut hast Nice Weil die Maschinenpistole ist krass Ja Damit kannst du wirklich einfach reinhalten Willst du die Sniper haben? Die AWP Oder willst du die nicht mehr haben? Nein, nein Ich kann damit nichts anfangen Irgendwie Ich habe irgendwie wenig Munition Wir müssen eigentlich irgendwo noch rein Ja, wir können ja noch Wir müssen ja mit in der Zone runter, da ist eh alles gut So, mal zu Tomato Oder? Ja, ok Obwohl, ne, lass mal rechts unten dahin gehen Ok Ich bräuchte wieder Panzerung oder sowas Von, äh, von rechts Ich snack den Ich snack den Hat ein 65er Hit Ich komme von hinten Kommt langsam, kommt zu dir Ja Tot Ich mach mich mal eben Ja, der hat auch eine Lille und eine Sniper Ja Ich bräuchte die alle nur an, Mann Ich hab den irgendwie 65 Schaden oder so gemacht Hier ist nur eine Falle Hier ist nur eine Falle Ich kann planen, wie man die Müll ist Auch mit dem Baumenü Ja, aber es ist überall rot angezeigt Ist hier rechts nicht Aber was ist das da für eine, naja, schon gut Das sah aus wie ein Airdrop oder sowas Hier links von uns ist, äh, so ne Stadt, ne? So ein, so ein Trailer Fuck Brauchst du nen Shotgun? Nein, Shotgun ist eigentlich wichtig, so, aber Ich will die Waffe nicht abgeben, die ich hab Ich bin jetzt so ne Ripp Ich bin jetzt so ne Ripp Deine ab geht's abgehen können Ich bin jetzt Naja, mit der Hit ich auch manchmal gut Einfach mal Licht angelassen Hier ist ne blaue Piste Ich brauche Kiffler Ich brauche Kiffler Ich bin jetzt hier 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 Links von uns ist noch dieser Auto Shotgun Ich hole mir die mal Hier liegt noch eine AK, wenn da noch keiner ist AK habe ich Links schießt einer Ich komme wieder raus Nah und ich mache nur hue Mega ist mit dem Ich komme wieder raus Ich komme wieder raus Ok Danke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020